In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Carsten von Burda Forward zum Thema Programmatic. Wo geht die Reise hin? Welche Herausforderungen haben wir eigentlich als Publisher, vor allem technisch, aber auch organisatorisch und welche müssen wir vielleicht auch kurzfristig oder mittelfristig lösen? Von daher seid sehr gespannt. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Carsten. Der Carsten hat auch einen eigenen Podcast. Von daher wird es heute mal auch so sein, dass ich jemanden gegenüber habe, der nicht nur die erste oder die zweite Folge aufnimmt, sondern schon auch ein alter Hase ist, will ich damit sagen. Hi Carsten. Grüß dich, Jonas. Vielen Dank für die tolle Handmoderation. Ja, das stimmt. Ich habe einen eigenen Podcast. Data-Licious heißt der. Ich bin nicht so ganz regelmäßig wie du. Das habe ich bisher nicht geschafft. Und das wird auch wahrscheinlich noch dauern, bis das irgendwann mal soweit sein könnte. Ich komme so in der Regel monatlich mit einer Folge raus und mache da alles, was mich gerade so begeistert, rund um das Thema, mit dem ich mich am meisten und liebsten beschäftige, Online-Advertising. Das ist ein bisschen für mich wie Yoga, habe ich eben schon mal gesagt. Denn das ist eine Art von Entspannung, mit dieser Form des Mediums praktisch so umzugehen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ja, kann ich nur zurückgeben. Ich stelle ja immer wieder fest, der, der am meisten lernt, in den jeweiligen Podcast-Folgen bin ich. Das bringt total Spaß, sozusagen mit anderen Leuten sich darüber auszutauschen, ein Thema festzulegen und dann durch Fragen zu lernen. Das ist wunderbar. Ja, möchte ich sehr gerne bestätigen. Sehr schön. Ja, Carsten, erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und dann können wir gemeinsam auch nochmal in das Thema eintauchen. Sehr gerne. Da muss man mich manchmal ein bisschen bremsen, aber das liegt auch vielleicht daran, dass ich schon sehr lange in diesem Bereich bin. Ich bin seit 23 Jahren im Bereich Air Technology tätig. Das ist tatsächlich eine Art Nullmessung in diesem Bereich, denn ich bin 23 Jahre lang im weitesten Sinne beim gleichen Unternehmen beschäftigt gewesen, nämlich bei Hubert oder Media im weitesten Sinne. Aktuell bin ich bei der Bruder Forward und wir sind als Haus, sage ich mal, ein großes Medienhaus, das die überwiegend digitalen Titel von Hubert Bruder in der Vermarktung hat und auch in der Produktion und sind als Bruder Forward als solches praktisch eine Einheit. Also Vermarktung und Redaktion sitzt in derselben GmbH und gehört auch strukturell zusammen. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren über die Verlanzgruppe Milchstraße bin ich in dieses Burdersystem praktisch eingestiegen und habe daher viele Ups und Downs dieser ganzen Branche mitmachen dürfen oder müssen. Vom Aufstieg, vom Aufpusten der Blase bis hin zum Platzen der Blase. Und ich bin im Zuge dessen eigentlich 23 Jahre im selben Unternehmen, weil das eines der coolsten Bereiche ist, in denen man momentan so arbeiten kann und konnte, weil so viele Veränderungen jeden Tag und jede Woche und jeden Monat dazukommen, dass man sich eigentlich nicht wirklich langweilt und 23 Jahre lang das Gleiche macht, sondern aufgrund unserer Herausforderungen, die so existieren, machen wir, dürfen wir, dürfen viele von uns in einer Tour an Problemen und Themen arbeiten, die morgen spannend werden. Und das hat mich bisher getriggert und auch ehrlicherweise 23 Jahre im weitesten Sinne im selben Unternehmen gehalten. Ja, da bin ich recht froh drüber, habe da ganz oft die Kernfrage, die erste immer, wie kann man das aushalten, 23 Jahre lang gleich leben, aber es ist für mich tatsächlich nicht das gleiche Unternehmen auch gewesen, sondern wir haben aufgrund struktureller Veränderungen und Hinzukäufe oder Joint Ventures auch immer wieder neue Firmenkulturen reingekriegt. Und eine Zeit lang haben wir Microsoft, MSN, DE vermarktet, da kamen amerikanische beziehungsweise Microsoft-Kollegen mit dazu, wurde die Verlagsgruppe Milchstraße mit den Kollegen von Borda in München fusioniert. Und also das sind so Sachen, das hat jeweils immer zu einer Kulturveränderung geführt und irgendwie auch zu einem neuen Style, einer neuen Vision und Version von Borda Forward als solches. Das ist ganz spannend, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja eigentlich auch die Verantwortung einer Führungskraft fällt mir gerade dazu ein, rauszufinden, wer ist, wie vielleicht du und ich, jemand Junges, Wildes, der sagt, wir möchten immer wieder was Neues lernen und wer ist vielleicht die Person, die sagt, nee, ich möchte jetzt diese eine Aufgabe sehr lange machen, es nicht nur machen, um rauszufinden, wen kann ich damit glücklich machen, viel mehr Neues zu lernen und wen mache ich damit glücklich, zu sagen, das ist die Struktur, die ich dir gebe und in der darfst du dich ausleben. Absolut, ja. Bin ich total bei dir, weil ich bin der festen Überzeugung, dass beides gebraucht wird. Also es wird der Verrückte gebraucht oder die Verrückte, die in einer Tour das, was morgen passiert, wissen will und wo es hingeht und davon mit solchen Menschen umgebe ich mich gerne, weil ich das schön finde, sich da auszutauschen. Gleichzeitig braucht es aber auch die Realisten, die, sage ich mal, auf den Fortbestand des Bestehenden auch setzen und sagen, es braucht diese Basis, um rechts und links von der Basis auf Innovationen zu stoßen. Ohne geht das nicht. Und insofern ist beides wichtig und ich sehe mich selber da immer gerne auch als Firestarter und freue mich, wenn ich Menschen habe, die ich anzünden kann mit einer Idee. Die brauche ich ehrlicherweise auch, weil ich da selber von mir weiß, aufgrund meiner langen Selbstkenntnis, dass ich nicht so gut bin, wenn es darum geht, das bis zum Ende durchzuziehen. Ich bin sehr schön, wenn es darum geht, etwas zu starten und eine Vision zu erstellen und Begeisterung zu versprühen. Und dann freue ich mich, wenn es auf Nährboden trifft, auf dem dann praktisch die Ideen weitergedacht werden und vielleicht auch sogar perfektioniert werden und dann damit lange halten. Wir beide können uns ja über das Thema unterhalten, was wir mögen, nämlich die Weiterentwicklung. Was siehst du denn vor allem in deinem Themenbereich Zwecks Data so für die nächsten Jahre als Weiterentwicklung? Vielleicht eine Passion oder einen Punkt, den ich hier mit einflechten wollen würde, weil im Großen und Ganzen glaube ich, kann man, wenn wir uns die Frage heute stellen, kann man nicht daran vorbei, dass das Thema KI für unseren Bereich eine unglaubliche Wichtigkeit hat und entwickeln wird und weiterentwickeln wird. Ich glaube, es ist sehr klar, dass Online-Advertisement als solches von Beginn an auf dem Thema Daten gut funktioniert hat. Und wenn ich untertauche in die Tiefen davon, dann würde ich sagen, die Herausforderung, vor dem wir gerade stehen, ist, dass sich diese Welt ja so massiv verändern wird. Und neben den ganzen Themen, die bei mir in den letzten Jahren über den Tisch geflogen sind und die ich mich reinbuddeln durfte, ist das eine Thema eben auch natürlich DSGVO und was sind eigentlich die Grund- und Rahmenbedingungen für das Thema Daten. Und im Zuge dessen, das wissen wir alle, gibt es das Thema rund um die Cookies und das, was dann im nächsten Jahr irgendwann so auch dann als letzter Browser Chrome nicht mehr machen wird. Und in diesem Zuge, was sind denn die echten Alternativen dafür? Oder was ist das Thema Kontext zum Beispiel? Kontext hat es schon lange gegeben und die einen oder anderen sagen, es ist ja ein alter Gut. Aber de facto ist in der Kombination aus der kontextuellen und semantischen Erkennung von Inhalten so viele Möglichkeiten da, datenschutzkonforme neue Optionen zum Thema Zielgruppenbestimmung zu machen, dass ich einfach glaube, da steckt eine Menge hochspannender Zündstoff drin in diesem Thema. Deswegen glaube ich zum einen, also als Spezialgebiet Semantik und Verständnis, Textverständnis und vielleicht auch Meta-Ebenen davon zu schaffen, ist das, wo ich große Hoffnung setze in die Verwendung von Ira Wattman. Und wer jetzt die letzten Monate und Wochen auf das Thema KI geguckt hat, hat nur Generative AI gesehen und wer das sich angeguckt hat und auch jetzt erste Ergebnisse sieht, der kann eigentlich nur gespannt in die Zukunft gucken und sagen, wow, was da noch alles kommen wird. Und deswegen glaube ich, das sind so die Hauptthemen und das ist das, was momentan wirklich zählt. Denn wenn wir eins haben, dann ist es tatsächlich ja sehr viele Daten. Und wenn wir, glaube ich, auch eins nicht so sehr gemacht haben in der Vergangenheit, dann ist es mit diesen Daten so zu arbeiten, dass wir selber ein wirklich hervorragendes Verständnis davon haben, wie der Hygienefaktor unseres Netzwerkes ist. Das ist einfach insofern vielleicht ein bisschen vernachlässigt worden, weil wir ja auf einem Geschäftsmodell gesessen haben, das gut funktioniert hat. Und dann musste man im Prinzip nur Teil des Stroms sein und dann hat man was bekommen. Aber das wird sich ändern. Dieser Teil des Stroms wird sich in seinem Design ändern und deswegen wird es jetzt noch umso wichtiger sein, dass man seine eigene Reichweite, die man da generiert, auch kennt und im Idealfall sogar auch eine Bindung aufgebaut hat. Vielen, vielen Dank. Carsten, lass uns das Thema ja einmal kurz blitten und vor allem wollen wir ja mit dem Podcast auch educaten und Leute so ein bisschen mitnehmen und nicht jeder ist im Programmatic oder im klassischen Online-Advertisement drin. Die Herausforderung, die Verlage gerade haben und Carsten, du korrigierst mich, ist, wir haben große Plattformen. Die Plattformen müssen monetarisiert werden, das heißt, wir müssen Werbung ausspielen und aktuell war die Situation immer so, dass die Kunden oder User auf die Webseite kamen, meistens schon durch Third-Party-Cookies klar war, für was sich diese Leute interessieren und das heißt, unabhängig davon, ob die Personen irgendwie auf einem Autoartikel waren, war klar, der interessiert sich vielleicht für Autos und kriegt dann diese passende Werbung ausgespielt. Die fallen weg, die Informationen, das heißt, wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, wie kriegen wir für die Leute, die auf unsere Plattform kommen, noch ordentliche Werbung ausgespielt, weil man spricht so genannten vom TKP, Tausender Kontaktpreis, der ist höher. Also umso besser ich die Zielgruppe bestimmen kann, umso mehr kann ich auch Geld dafür verlangen, die Leute zu monetarisieren. Und wovon Carsten jetzt gerade gesprochen hat, ist die Idee, okay, auf Basis des Textes, den sich der Nutzer anguckt, kontextual, kann ich bestimmen, was ihn interessiert. Umso besser mein eigener Algorithmus ist oder der Algorithmus, den ich vielleicht auch irgendwo zukaufe, umso höher kann ich wieder mein TKP machen und habe auf der Basis dann die Entscheidung, wieder sozusagen mein Inventar, also den Platz, den ich habe, um Ads zu steuern, besser auszuspielen. Ganz genau. Habt ihr da schon Anwendungsfälle und Use Cases, die in die Richtung gehen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein eigenes Team aufgebaut, das sich mit einem eigenen Algorithmus zu diesem Thema auseinandergesetzt hat. Der ist jetzt insofern trainiert auf unseren redaktionellen Inhalten, dass wir damit einen großen Vorteil haben, weil man muss heute wissen, es gibt natürlich Dienstleister, die das für einen tun können. Aber wenn man selber den Content schon produziert, dann ist der Schritt hin zu einer Analyse ehrlicherweise in der Regel nur einer, nämlich beim Hochladen in die Datenbank wird automatisch der Prozess gestartet, der textlichen Analyse. Und das führt zu einer höheren Reichweite, weil du dein Inventar praktisch nahezu zu 100 Prozent kontextuell analysieren kannst, während Dienstleister in der Regel das tun, wenn sie mit ihrem Crawler vorbeikommen. Oder die Deckungsgleichheit ist nicht die gleiche, wenn du einen Dienstleister einsetzt in der Regel. Und das ist ein Vorteil. Der andere ist, es tun sich im Moment Standards auf, die es dir ermöglichen, basierend auf so einem Standard auch ein Targeting wirklich jedem anbieten zu können. Denn das ist vielleicht nicht jedem klar. Wenn man jetzt anfängt, kontextuell diese Analysen zu machen, dann kommt man ja unter Umständen auf Ideen, wie man das dann nennt, den Inhalt dahinter. Und das muss irgendwie schon ein Standard folgen, damit ein Kunde, den man teilweise gar nicht persönlich kennt, in der Lage ist, über ein Buchungsinterface auch nach diesem Content zu suchen. Und dafür braucht es Standards. Da entwickeln sich gute und es gibt auch Bestrebungen, dass es hier noch einen europäischen und deutschen Blick auf das Thema Kontext gibt. Denn wenn es rein aus den USA gesteuert ist, dann ist eben American Football und sowas wichtiger als ein Soccer oder Fußball. Da muss man eben mal gucken, wer setzt da welchen Stempel drauf. Und unser Use Case, den wir dort haben, ist, dass wir versuchen, mit den kontextuellen Ergebnissen natürlich annähernd an Performance ranzukommen, die früher mal Cookies hatten. Und das ist natürlich eins zu eins schwer umzusetzen. Was wir aber hinkriegen ist, dass wir Vergleichen zwischen Umfeldern und kontextuellen Targeting, dass wir mit Befragungen versuchen nachzuweisen, dass einfach die Nähe dieses Nutzers deutlich höher ist an der Marke, wenn er auf dem Artikel ist, der kontextuell passt, als wenn er praktisch durch Retargeting irgendwo erwischt worden ist. Da kann man schon Indikatoren sehen, die einfach zeigen, dass es funktioniert. Das heißt, die Herausforderung von Verlagen ist ja eigentlich nicht nur eigene Tech-Know-how aufzubauen und das sozusagen das Problem der Zukunft zu lösen, sondern auf der anderen Seite ist ja auch noch mal das große Problem oder Herausforderung, dass man Standards gemeinsam in der gesamten, nennen wir es Gruppe oder Publisher-Umfeld zu generieren. Und ich glaube, das ist mit eine große Herausforderung. Ich habe ja jahrelang auf Advertiser-Seite gearbeitet. Da ist ja noch mal eine andere Herausforderung, die Sache zu lösen. Aber vor allem auf Publisher-Seite ist ja jetzt natürlich die Situation eine vermeintlich andere. Und das ist, glaube ich, noch mal total wichtig zu verstehen, die gesamte Werbewelt, wie sie online tickt und welche Maßnahmen dafür man ergreifen kann, um das zu lösen. Ja, darf ich doch ergänzen, weil du das gerade so schön anbeutest. Sehr gerne. Wenn du heute auf dieses Thema guckst, dann ist es für jeden ein Teil der Kette möglich, seine eigene Technologie zu verwenden. Du sagtest eben, wenn du als Advertiser zum Beispiel auf dieses Thema guckst, ist es dir natürlich erlaubt, einen Dienstleister zu wählen deiner Wahl, der dir hilft, kontextuelle Erkennungen zu machen. Zum Beispiel auch über Brand Safety. Also ist der Inhalt, auf den man dort kommt, ist der für meine Marke gut oder ist er vielleicht sogar schädlich? Hast du ein Beispiel dafür, wenn das passiert? Ich glaube, da müssen wir die Leute mal ein bisschen mitnehmen. Wenn zum Beispiel, das Schlimmste, was ja passieren könnte, ist, wenn gerade, wir haben eine Nachrichtenseite, ja, da passieren jeden Tag Sachen, die nicht schön sind. Da werden auch manchmal Fotos gezeigt oder ist von mir aus das Lieblingsbeispiel, ist ehrlicherweise ein tragerischer Flugzeugunglück. Dann ist natürlich für alle Flugzeug- und Fluggesellschaften es nicht schön, zur gleichen Zeit dort werblich stattzufinden. Kontextuell würde das Wort Flugzeug und sonst irgendwas wahrscheinlich mehrfach vorkommen. Also die Semantik dahinter sollte aber irgendwie schon erkennen lassen, dass es sich hierbei um einen negativen Sentiment, sagt man da, also eine negative Stimmung des Artikels handelt. Und wenn das gut gemacht ist, dann kommt so eine Luftfahrtgesellschaft nicht auf so einer Seite, weil das entsprechend getargetet ist. Aber im schlimmsten Fall kommt sie halt. Und dann ist der, sag ich jetzt mal, Lufthansa-Banner ist dann auf einer Seite, wo es gerade um einen Flugzeugabsturz geht. Das passt nicht, das will man nicht, das will der Nutzer nicht, der Kunde nicht. Und wir wollen es natürlich auch nicht. Das ist das klassische Beispiel dafür. Dann ist es richtig gelaufen, wenn da eine Software im Hintergrund sagt, oh nein, hier kann der nicht laufen. Ich zeige lieber nichts, als dass ich das zeige. Schlecht läuft es, wenn Systeme anfangen, hier auch eigene Fold-Positives zu generieren. Wir haben ein schönes Beispiel dafür gehabt. Wir haben eine Seite in der Vermarktung, die heißt TV Today. In dem Wort Today kommt T-O-T drin vor, von Today. Und diese drei Buchstaben hat das System dazu gebracht, zu sagen, der Inhalt auf dieser Seite ist Brand-Risk. Es ist aber eine Fernsehzeitung, eine digitale. Und bis wir herausgefunden hatten, dass das der Grund ist, warum dort so viele Advertiser nicht gebucht haben, und warum der Umsatz da viel schlechter ist, als bei TV-Spielfällen, hat das echt gedauert. Und manchmal kriegt man das gar nicht mit. Und da muss was passieren, meines Erachtens. Da muss es irgendwie eine Art Siegel geben, irgendeine Prüfung, dass wir uns darauf verlassen können, dass der Inhalt hier gut validiert worden ist und dass ein Dienstleister auch ehrlicherweise einen richtigen Job macht und nicht nur einen Teiljob. Ja. Ist es nicht nochmal ein Grund? Wir haben vorhin über Leadership und Co. gefragt. Weiß nicht, ob ich für dich sprechen darf, aber wir sind Quereinsteiger, also ich auf jeden Fall, weil früher gab es nicht diesen Einwurf, den man auslernen konnte. Jetzt wird es natürlich immer tiefer mit der Fachkenntnis. Wo findet man denn noch jetzt gerade die Leute mit AdTech-Know-how, die einem helfen, diese Probleme zu lösen? Gute Frage. Also ich glaube, das bleibt bei Quereinsteigern. Das ist einfach an der Sache der Natur. Du kannst sicherlich eine gewisse Basis mitbekommen. Wir selber zum Beispiel bilden auch aus und versuchen die jungen Kolleginnen und Kollegen dort, einen Grund des Pakets zu geben, von dem wie unser System funktioniert. Und das bedeutet schon, dass die Teams so aufgestellt sind, dass man nicht mehr nur noch das eine unbedingt macht. Es kann passieren, dass man in ein Team hineingerät, wo man mal ein Angebot schreiben müsste, aber auch vielleicht mal verstehen muss, wie man eine Werbekampagne einbaut. Also das kann sein, weil diese Teams so aufgestellt sind, dass sie sich gegenseitig auch wie so ein Start-up, und da macht ja auch jeder das ein bisschen. Und die Überlegungen gibt es bei uns und die möchten wir auch, dass bei unseren Auszubildenden oder Werkstudenten etc., dass die einfach reinriechen können in das System. Denn am Ende machen wir uns nichts vor, das, was man heute studieren kann, ist immer ein bisschen das, was es schon lange so gab. Und diese Technologien, die kommen gerade alle erst. Und wir wissen ja auch, mit zu welchen Herausforderungen Universitäten und Schulen stehen, mit dem Thema KI, nämlich auch die Anwendung, dass die Schüler sechsmal schneller auf diesen Themen lernen und wissen, was sie machen können, als es die Lehrer, die meisten Lehrer tun werden. Und diesen Vorsprung hat diese junge Generation und ehrlicherweise glaube ich fest daran, dass wir genügend Leute, die sich mit solchen Themen begeistern lassen, auch dazu kriegen werden, in so einen Beruf reinzuschnuppern. Und wir müssen da flexibel sein und nicht darauf bochen, dass jemand einen besonderen Studiengang gemacht hat, sondern denen die Chance geben zu sagen, komm mal her, guck dir mal an, was wir hier tun, lass uns ein Gespräch führen. Wenn man dann erkennt, wow, da glänzt es in den Augen, da gibt es ein Feuer, dann hätte ich immer gesagt, dafür sind Probezeiten da, dass man sich dann gegenseitig auch versucht, auszunivellieren, ob das die richtige Person ist, die man da sucht. Aber Studiengänge dafür, das dauert immer alles zu lange. Es braucht zu lange, bis das dann soweit ist. Was glaubst du, Carsten, wo geht die Reise weiterhin? Also du hast jetzt ein Thema angesprochen, kontextual. Was sind noch Themen, die wir in der Zukunft lösen müssen? Ja, ich habe da eine Menge Ideen, weil ich glaube, dass wir als das Thema Generative AI losging, habe ich natürlich sofort, also wirklich sehr, sehr schnell daran gedacht, oh, wie cool. Da kannst du ja automatisierte Abi-Tests fahren. Du kannst mit so einem Algorithmus, kannst du Grafiken und Bilder generieren. Du kannst deren Ergebnisse zurückspielen und wieder darauf reagieren. Du kannst also, was das Thema Kreation angeht, sind viele, also nicht nur der Kreative, sondern auch der vielleicht nicht so kreativ ist, in der Lage mit einem, mit einer Textidee auf einmal was Bildliches hinzukriegen. Und das geht ja weiter in Richtung Bewegtbild, das geht in Richtung Ton, das geht in Richtung natürlich Artikel, Text, Schreiben. Deswegen glaube ich, unser Tätigkeitsfeld, in dem wir uns hier beschäftigen, sprüht gerade ja nur so vor Inhalten, indem man etwas beschreibt. Du bist auch schon lange in diesem Bereich drin. Eins, was dieses Medium begleitet, ist, dass eine Komplexität existiert, die man nicht ohne weiteres einfach jemandem so erklären kann. Wenn du abends auf einer Party jemanden triffst und der fragt dich, wo arbeitest du und du fängst an mit dem Thema Advertising, dann ist ja erstmal Augenrollen angesagt, das sehe ich nie und so. Aber dieses Interessante, was da wirklich passiert und was man da jetzt mitmachen kann, das ist eigentlich etwas, da brauchst du, ja, da musst du in der Lage sein, sag ich mal, Komplexität irgendwie rüber zu. Aber wie löst du das? Ich nutze ja immer Analogien, um das, und ich glaube, die Analogien funktionieren zum großen Teil. Es ist aber immer schwer und ich habe auch nochmal gelernt, rauszufinden, in welcher Position, wo arbeitet die Person, mit der ich mich unterhalte, um rauszufinden, dass ich eine Analogie finde, die vielleicht auch in die Nähe geht. Also ich versuche tatsächlich, etwas nachzuholen, was wir versäumt haben und ich versuche in dem Gespräch, man kann es am besten sehen, wenn man dem anderen in die Augen guckt, weil man aussieht, ob der ausgeschaltet hat oder noch zuhört, weil ich glaube, die Sache ist ja die, das, was heute alles kostenfrei ist und was wir jeden Tag nutzen, muss man sich mal vorstellen, da generieren wir jeden Tag, ich habe zufälligerweise, weil ich die Verantwortung dafür habe, ich sehe die Kosten, die generiert werden, um diese Systeme am Leben zu halten. Also auch ein Netz, aber sogar ein Consent-Management-System, das sind diese Layer, die man am Anfang kriegt und bestätigen muss. Sogar das Ding kostet Geld, jeden Monat und zwar nicht wenig und das muss ja irgendjemand bezahlen. Und die Situation, in der wir uns befinden, ist, dass wir entweder darauf zulaufen, dass dieses kostenfreie Internet nicht mehr existieren wird, weil überall, wo produziert wird, fallen Kosten an und die wird jemand tragen müssen. Unser Modell, was wir geschaffen haben bis heute, ist, dass die Werbung akzeptiert, für etwas zu bezahlen, was der Konsument am Ende nutzt, Artikel zum Beispiel lesen. Und das ist viel zu wenig transparent gemacht worden, dass dieser Deal, der da eigentlich passiert, folgender ist. Du kriegst das kostenfrei, weil jemand anderes dafür bezahlt und das ist die Werbeindustrie und die will von dir nicht wissen, wie du heißt und was sonst nicht, die will einfach nur wissen, wie du dich interessierst. und du kannst dir jetzt überlegen, ob du das nicht willst, was völlig okay ist, dann müsstest du dir überlegen, entweder eine andere Seite zu besuchen oder dafür zu bezahlen. Ja, also den Betrag theoretisch, den sonst uns die Werbeindustrie dafür gegeben hat, dass du auf der Seite bist. Und jetzt stell dir mal vor, da würden wirklich alle sagen, dann will ich lieber bezahlen. Dann führt das doch zwangsläufig dazu, dass da draußen diese Medienlandschaft sich radikal verändern wird. Denn das würde bedeuten, dass ganz viele Seiten, die diese Meinungsvielfalt in verschiedenste Richtungen oder auch Spezialgebiete dort abbilden, dass die nicht mehr alle überleben können und werden. Das wird man nicht schaffen. Erstens ist keine Bereitschaft da, überall sich zu registrieren und zu bezahlen. Also auch da müsste es eine Vereinheitlichung geben, dass es einmal bezahlt wird und dann für alle zählt oder wie auch immer. Also sowas wie Gebühren. Die Öffentlich-Rechtlichen haben hier unter Umständen ein Modell für sich gefunden, und wie es eigentlich gehen müsste dann. Aber da sind wir halt nicht Teil von. Und insofern muss man ganz klar sagen, der Grund und das, was wir hier jeden Tag tun, ist, deinen Nachrichtenkonsum kostenfrei zu halten. Und deswegen ist unsere Aufgabe eigentlich gar nicht so schlecht. Denn wir tun das noch mit einem hohen Anspruch an redaktionelle Inhalte und Nachweisbarkeit und so weiter und so fort. Und versuchen hier keine Fake News zu produzieren, sondern echte. Und insofern so schlecht. Da mag man jetzt die Marke mögen oder nicht, aber es gibt ausreichende Auswahl da draußen, die über diese Werbefinanzierung einfach sehr guten Inhalt präsentieren. Was ja vermeintlich jetzt gelöst wird mit AI und KI, ist ja die Situation, dass wir vielleicht zwangsweise gar nicht mehr so viel Tech-Know-how intern haben und es schaffen aufzubauen, sondern wir damit eine Möglichkeit haben, Sachen selber aufzubauen, wie du ja vorhin angesprochen hast. Man kann vielleicht extern Sachen zukaufen, man könnte SAS-Lösungen extern zukaufen, aber man hat mit AI und KI eigentlich die Möglichkeit, mit dem begrenzten Personal, was einem haben, Large Language Models oder Code zu nutzen, um eigene Lösungen aufzubauen, die dann einem wieder helfen, Lösungen zu produzieren, um diesen Clinch, den du ja gerade beschrieben hast, zu lösen. Das wird ja mit eines der wichtigsten Punkte zu überlegen, wie können wir noch den Inhalt, den wir zur Verfügung haben, das Inventar, so zur Verfügung stellen, dass andere darauf bieten können, dass wir dann den Usern, die auf unsere Portale kommen, es noch kostenlos zur Verfügung stellen könnten, wenn sie es wollten. Ich glaube, da sind viele Eventualitäten drin und wie du schon richtig sagst, wir müssen da einfach fortschrittlich sein. Ich bin noch nie irgendwie Freund von einer sehr krassen Schwarz-Weiß-Ansicht gewesen, in der man sagt, es gibt nur das eine und das andere. Ich glaube, die Ergänzung sollten wir uns hier genau angucken. Meist erachtens ist das eine perfekte Ergänzung und zwar, um vielleicht die Qualität hier zu erhöhen. Ich nehme da mal ein Beispiel. wenn Redakteure Artikel schreiben müssen, sie müssen das schnell tun, dann stellen sich da einfach manchmal Fehler ein. Also heute schon gibt es ja gute Schreibprogramme, die einem helfen, dass man den Text vernünftig darstellt, dass der fehlerfrei ist, dass der vielleicht auch sogar auf Knopfdruck noch angepasst werden könnte. Also hier kriegen wir eine Art Vielfalt, wo im Hintergrund Algorithmen aufgrund dieser gelernten Modelle einem helfen können, eine bessere Qualität zu produzieren. Sie ist immer noch menschengemacht, aber sie ist ergänzt durch Technologie. Und ich glaube, das ist wichtig. Denn, dass das Ziel jetzt sein sollte, liebe Medienhäuser, ihr habt doch jetzt dieses Generative AI, ihr braucht doch gar nicht mehr so viel Geld für Redakteure und so weiter und so fort. Ihr könnt das doch auf Knopfdruck generieren. Das kann natürlich nicht die Vision sein. Das wäre ja grausam. Es braucht ja auch Validierung und es braucht auch ehrlicherweise eine KI kann vielleicht mit Algorithmen in der Historie gucken, wie das mal gewesen ist und hat vielleicht eine ungefähre Vorstellung, was dann aufgrund der Historie wie auch immer Fakt sein soll. Aber alles, was in der Zukunft passiert, ist auch für die KI nicht bekannt. Zum Glück. Und insofern wird es da auch immer Themen geben, wo jemand als Mensch mal anfangen muss, diesen Artikel erstmal zu schreiben, damit eine KI über das Learning Model darüber gehen kann und sagen, ach guck mal, ich habe jetzt neues Wissen. Und so sehr ich glaube, dass das uns an vielen Stellen helfen wird, so sehr glaube ich, dass es erstmal zu Qualitätsverbesserungen führen kann und Quantität auch vielleicht, weil ich einen und den gleichen Artikel durch eine Maschine in fünf verschiedene Versionen schreiben kann, für fünf verschiedene Zielgruppen aufbereitet. Und da glaube ich, kann uns das System ganz gut helfen. Aber ich glaube auch, dass sie uns in unseren Prozessen deutlich vereinfachen kann. Ich gebe mal eins raus. Wenn du heute in einem Vermarktungshaus oder in so einem Publisher bist, Verlagshaus bist und du hast das normale Geschäftsanbahnungsthema, dann hast du da einen Verkäufer sitzen, der spricht mit einem Kunden und oder einer Agentur. Dann wird dort im Prinzip ein Produkt vorgestellt oder auch versucht, eine Werbefläche zu verkaufen. und das tut er heute eigentlich mit gewissem Fachwissen im Gepäck, mit ein paar neuen Themen, die man so machen möchte. Aber eigentlich ist das ein wunderbarer Prozess, den man ja textlich beschreibend auch fast hilfestellend automatisieren könnte. Ich meine damit, wenn es zum Beispiel eine Funktion gibt, die nennt sich, das diskutieren wir gerade mit unserem Anbieter, der unser Order-Management-System gebaut hat, dass wir eine Tax-to-Opportunity-Option haben. Das heißt, der Verkäufer und oder zukünftig auch unser Kunde schreibt einfach rein, ich hätte gerne eine Festplatzierung auf der focus.de in dem Fall innerhalb der nächsten zwei Wochen irgendwann für zwei Tage mit folgendem Format und dann versteht diese KI an der Stelle den Inhalt, konvertiert das in ein Produkt, das bei uns in der Datenbank drin ist, kann über diese Informationen dann Verfügbarkeiten prüchen, kann zurückgeben und kann sagen, ich kann dir das an zwei Tagen anbieten, soll ich ein Angebot schreiben und dann sagt man ja und dann passiert im Hintergrund das eine oder andere automatisiert. Sowas kann man oder natürlich Besuchsberichte geschrieben werden. Besuchsberichte heute werden ganz oft mit Informationen versehen, die nicht immer weitergeführt werden, aber wenn man Besuchsberichte mit so einem System versucht, so inhaltlich zu verstehen, dass daraus Folgethemen generiert werden, wie zum Beispiel ein erneuter Termin, der gemacht werden soll oder Sie hatten Sachen angesprochen, kritische und so, also das kann man ja alles wunderbar verwenden, das ist also rund um das Thema Order Management sicherlich Innovationen, die hier auf uns zukommen werden, die den Kollegen, die im Verkauf sitzen, die Arbeit erleichtern werden und die Geschwindigkeit erhöhen und hoffentlich auch die Qualität, die da im Verkaufsgespräch stattfindet und da hatte ich große Hoffnung. Oder wenn wir auf das Thema Supply Chain optimieren, das bedeutet, der Kanal, der heute benutzt wird, um programmatische Kampagnen zu buchen, ist eine lange Kette von verschiedenen Partnern, die da aneinander gebunden sind. Das ist früher okay gewesen, weil man damit gut monetarisieren kann. Guckst du heute drauf, würdest du sagen, naja, aber so von wegen Nachhaltigkeit, aber auch eigentlich Sinnhaftigkeit, kann man das maximal in Frage stellen, ob das immer so sinnvoll ist, wie das ist. Und kann uns hier nicht auch KI helfen, weil sie einfach mit diesen großen Datenmassen umgehen kann und sagen kann, ich habe mal geguckt, aus den letzten tausend Geboten auf dieser Platzierung mit diesem kontextuellen Inhalt, haben immer nur diese beiden SSPs überhaupt sinnvolle Gebote geliefert, du hast aber acht angefragt, kann man daraus praktisch eine Reduzierung des Supply Chains auf dieser Kontext Kategorie machen und so weiter und so fort. Das sind so ganz viele Sachen, die tief runtergehen können, aber die ehrlicherweise uns in Zukunft auch beim Thema Nachhaltigkeit helfen können, weil als Mensch ist das eine Wahnsinnsaufgabe, das alles zu ermitteln. Ja, Carsten, cool, jetzt haben wir sehr viel über Strategie und über Themen gesprochen, wo die Reise hingehen kann, wie AI und KI jetzt so die Sachen erleichtern können. Ich glaube, das ist jetzt gerade, wie du sagst, viel Effizienz-Cases, viel Inspirations-Cases. Ich glaube, die richtige Umsetzung oder Einbindung von AI wird noch wird noch eine Weile dauern, auf jeden Fall in der breiten Masse. Wir achten ja auch immer darauf, dass wir Hands-on-Themen mitgeben für die jeweiligen Hörer und Hörerinnen. Was würdest du denn im Umfeld der Programmatic, Advertising und Co. jetzt einzelnen Leuten nochmal als Hands-on-Thema mit dieser Folge mitgeben wollen? Ich glaube, von Herzen würde ich jedem wünschen, dass er bei diesem Thema sehr offen mit diesen Möglichkeiten umgeht und einfach ausprobiert. Das Netz ist ja voll von Beispielen und das erschlägt einen manchmal auch so ein bisschen, weil es einfach so viel sind und man sehr schnell das Gefühl kriegt, ich habe so ein Fear of Missing Out praktisch. Ich kriege nicht alles mit und da passiert aber so viel gerade und das muss ja alles so wichtig sein. Ich würde mich da entspannen und würde mir vielleicht mal ein, zwei Themen raussuchen, die mich auch als in meinem täglichen Bereich einfach trägern, wo ich sage, warum ist das so kompliziert oder kann man da nicht was finden und sich damit mal auseinandersetzen, was für Möglichkeiten bestehen dort. Es ist ja recht einfach, einen Chat-GPT Zugang zu kriegen und wenn man damit ein bisschen rumprobiert, dann kommt man Stück für Stück auch dahin, was heute schon geht und was eben auch noch nicht geht. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und es gibt im Internet noch ein Video zum Thema Google Ads. Google hat ja die Google I.O. gerade gehabt und die haben für ihr Produkt Google Ads, das ist ja das, womit, sage ich mal, jeder von uns mit wenig Geld über das Google Ecosystem Kampagnen anlegen und buchen kann. Und die haben ein Video dazu gemacht, ein Marketing-Video, in dem sie zeigen, wohin führt uns dieses Generative AI-Thema. Und man kann sich sehr gut vorstellen, was für Erleichterungen das bringen wird, auch in der Kreation und auch vielleicht in der, sage ich mal, in den guten Kreationen, die da kommen können, weil nämlich es dann vielen ermöglicht wird, kreativ zu sein, mithilfe der entsprechenden Generative AI-Lösung von Google dort. Und das geht von Big-Bit-Videos über Animationen auf den Werbung und Vorschläge, die das System macht. Und das sieht ehrlicherweise vielversprechend aus und ich glaube, das kann einen so ein bisschen, naja, Angst nicht, aber die Angst nehmen, würde ich mal schon sagen. Also einfach mit auseinandersetzen und keine Angst davor haben, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, und sich da die Zeit zu nehmen, das ist etwas, was auch ehrlicherweise nicht uns morgen komplett alle ersetzen wird, sondern es wird uns ergänzen um eine schöne Funktion. Und je mehr man selber da drangeht und sich das anguckt, desto weniger braucht man sich darüber Gedanken machen, ob es einen wirklich ersetzen sollte. Jetzt bin ich so ein bisschen auf Advertiser-Seite, aber vielleicht auch auf Publisher-Seite wird das gleiche Problem haben. Wie kriegen wir die Awareness auf Top-Management- Ebene, dass verstanden wird, dass das Themen sind, in denen man sich die nächste Zeit, mit der man sich in der nächsten Zeit beschäftigen sollte? Ja. Weil das, ich glaube, das Verständnis dafür ist gar nicht so da, oder? Es ist gar nicht böse gemeint oder despektierlich, aber die im Management sitzenden Leute sind ja jetzt vielleicht gar nicht so die Personen, die mit dem digitalen Zeithalter aufgewachsen sind. Ja, Jonas, ich glaube, das hat was damit zu tun, wo man sich heute schon bewegt. Also ich möchte mal für einen Großteil der Verlagshäuser mal mindestens sagen, wenn du sagst, der Advertiser ist nochmal vielleicht was anderes. Ja. Aber auf der Verlagsseite kann man daran gar nicht vorbeigehen, weil gerade das Thema Generative AI dort in so vielen Bereichen Einzug halten wird, dass das für jeden, der in der Verlagsbranche arbeitet, eigentlich auf der Agenda stehen muss und auch wahrscheinlich tut. Deswegen habe ich da auch nicht so ein schlechtes Gefühl und ich würde auch in der eigenen Erfahrung, was wir bei uns im Haus machen, sagen, das Thema ist dort im Management auf jeden Fall angekommen. und vielleicht für den einen oder anderen Mitarbeiter auch schon fast ein bisschen zu sehr, weil es dann doch vorsichtig betrachtet wichtig ist, dass man da alle mitnimmt und versucht, auch Mitarbeitern klarzumachen, dass es hier nicht darum geht, sich selber zu ersetzen, sondern einfach die Arbeit, die man jeden Tag macht, auch effizienter und leichter und vielleicht auch besser erledigen zu können. Das ist in erster Linie. Und der zweite Punkt ist natürlich für alle, die das eben nicht so unmittelbar getroffen hat, weil das, sage ich mal, Verlagswesen wirklich hier vor großen Revolutionen steht. Da ist es so, dass der Fächer, der da aufgemacht wird mit den Möglichkeiten einfach so riesig ist, dass ich glaube, die neuen Generationen von Managementlinien werden das per se schon in ihrem eigenen Studium erlebt haben, was man damit machen kann, die werden das mit hineintragen. Und diesen Generationswechsel, den ist da vielleicht hier und dort auch, den wird es über kurz und lang eben geben. In Deutschland leider, oder leider, sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen später immer, aber der kommt und das ist sicher. Und für alle weiteren, also jeder muss ja für sich einen Sinn darin sehen und ich glaube, die größte Anforderung, die an so eine Unternehmensführung gestellt werden sollte, ist, dass sie das Unternehmen führt und dafür muss sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen, denn sonst wird es halt geführt und dann ist das Thema Management nicht mehr notwendig. Carsten, ich glaube, es ist eine spannende Folge und wir hören oder merken ja gerade, wir könnten noch länger über das Thema sprechen. Die zwei Fragen aber, die ich jedem Gast stelle, ist, was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem jetzt hier gerade erzählten Data Game geben? Also, ich habe privat, wer auch vielleicht rauszuhören war, ich begeister mich für dieses Thema, sodass mein Job und mein Privat, meine Hobbys sich zum Teil ein bisschen überschneiden. Und was mir bisher verwehrt geblieben ist, ich bin beim Thema Programmieren irgendwann mal in den Ende 90er, Anfang 2000er stehen geblieben und habe dann zum Glück im Team ausreichend Kollegen gehabt, die das viel besser konnten als ich. Und ich habe schon eine gewisse autodidaktische Ader, aber wenn ich jetzt sehe, was ich, wenn ich eine Idee habe, was ich irgendwie rausfinden möchte und ich kann zum Beispiel in ChatGPT sagen und sage, schreib mir mal bitte in Python folgendes Skript, das soll folgendes tun, ich möchte eine URL abrufen und dann möchte ich die Daten daraus, dann möchte ich das machen und dann kommt da auf einmal ein Ergebnis raus, was ich per Copy-Paste in so einen Interpreter setzen kann, kann Knopf drücken, dann kommt da ein Ergebnis raus, da bin ich einfach komplett geflasht von. Natürlich würde ich gerne Python auch so kennen, aber das sind so Sachen, wo ich sage, ich muss dafür nicht eine ganz Programmier-Sprache lernen, nur um ein Problem zu lösen. Jetzt kann ich aber mit Hilfe dieses Tools, kann ich mir selber bis zu einem gewissen Grad damit helfen, ohne dass ich mich jetzt jemals Programmierer nennen würde an der Stelle. Ich weiß nur, ich kann mir damit ein Problem lösen. Das mache ich privat in verschiedensten Sachen und freue mich da ganz stark dran, dass ich sowas damit jetzt machen kann und deswegen ist das für mich ein Beispiel, was man da vielleicht nennen könnte. Ansonsten bin ich Barbecue-Fan, da gibt es wunderbare Messgeräte, um sich da praktisch den besten Fleisch, hier Eifergrad, wollte ich gerade sagen, Gargrad und so weiter und so fort zu ermitteln. Da freue ich mich immer an Technologie und die letzte, die ich mir da gekauft habe, ist der Meat, wie heißt der? Das ist so ein Stick, da ist kein Kabel mehr dran und steckst du das praktisch Bluetooth-Fleisch rein. Ja, cool, sehr nice. Wie für heißt das Ding, Leute? Nee, das ist eigentlich nicht Quatsch. Wie heißt der denn? Du hast gesagt, eben schon den Namen dafür, wie der heißt. Kennst du den? Naja, gut. Nee, nee, nee. Ich kenne ihn nicht. Aber das ist auf jeden Fall Technologie, das geht dann über die App und dann kannst du irgendwie sehen, in fünf Minuten ist das Fleisch gut und so. Ich gucke Serien selber nochmal nach, aber das mag ich eben auch. Und der Film würde wahrscheinlich heißen, denn sie wissen nicht, was sie tun, aber sie sollten es wissen. Also vielleicht ist Teil zwei davon, würde ich schon sagen. Ich glaube, wir bewegen uns momentan in so einer interessanten Zeit. Es wird ja gesagt, das Thema Generative AI und AI generell ist ein Paradigmenwechsel, wie das keine Ahnung, wie Steve Jobs als iPhone in der Hand hielt das erste Mal. Da hängt so viel Veränderung dran und ich möchte, würde mir wünschen, dass das nicht so als Drohgebärde benutzt wird, sondern dass man sich als Menschheit vielleicht mal auch darauf freut, dass das eine oder andere vielleicht damit geht. Aber mir ist auch klar und bewusst, dass man damit tatsächlich eine Waffe hat, mit der man alles machen kann. Und das kann gut gemeint sein, das kann aber auch in die andere Richtung gehen. Und dafür müssen wir uns, glaube ich, vorbereiten. Wie fänden wir es richtig an? Deswegen sage ich, vielleicht heißt er, denn sie wissen nicht, was sie tun, aber sie wollen es wissen. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Carsten, für die Folge. Solltet ihr noch nicht die Chance genutzt haben, nutzt und geht in euren Apple Podcast Spotify und drückt Abonnieren beim Podcast und bewertet den Podcast sehr gerne und in den Shownotes wird es auf jeden Fall den Link zu Carsten geben, wenn ihr nochmal dazu Fragen habt. Wir sind wie immer natürlich innerhalb von der Zeit nicht maximal in die Tiefe gegangen, aber wir sehen oder können euch erklären, wo die Reise auf jeden Fall hingeht. Vielen, vielen Dank, Carsten. Vielen, vielen Dank auch, Jonas, hat sehr viel Spaß gemacht und einen schönen Sommertag noch. Danke.